Denn wenn ich alles, was in meinem Leben gut war in irgendeinen Beutel oder so werfen könnte und sagen, hey, hier, ich möchte mir gerne noch meinen Tag mit meiner Frau kaufen, dann würde ich das tun und würde als glücklicher Mann sterben, auf der Stelle. Wird aber nicht passieren. Alles, was ich hatte, ist verschwunden. Und ich bin hier. Aber, weißt du, es ist okay. Wenn ich mir gesagt habe, wenn ich kaputt gehe, verletzt will, ist egal, ich werde es nicht reparieren. Warum? Vorbei. Alles Vergangenheit. Was ich mir gesagt habe, wenn ich kaputt gehe, verletzt werde, ist egal, ich werde es nicht reparieren. Ist egal, ich werde es nicht reparieren. Ich bin hier. Untertitelung. BR 2018 Alles, was ich hatte, ist verschwunden. Und ich bin hier. Aber, weißt du, es ist okay. Wenn ich mir gesagt habe, wenn ich kaputt gehe und verletzt werde, ist egal, ich werde es nicht reparieren. Warum auch? Alles, was ich hatte, ist verschwunden. Und ich bin hier. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich weiß, du willst sex, babe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020